Dieses Video basiert auf dem letzten Video in der Playlist, wo es darum ging, zu einem gegebenen Adressbereich vier Subnetze zu generieren, das heißt einen gegebenen Adressbereich zu unterteilen in vier einzelne Subnetze, die erstmal unabhängig voneinander arbeiten können. Im letzten Video haben wir dazu die entsprechenden Netzadressen berechnet, die Subnetzmaske berechnet, die wir brauchen und damit auch eigentlich alles festgelegt, was wir jetzt für dieses Beispiel brauchen. Es ging im letzten Video um den Adressbereich 192.168.8 mit einer 23er Subnetzmaske. Wenn wir diesen Bereich unterteilen wollen, brauchten wir eine 25er Subnetzmaske und jetzt sehen wir, was daraus entstanden ist, nämlich es sind vier Subnetze entstanden, hier eingefärbt mit grün, gelb, orange und blau. Und diese vier Subnetze haben jetzt entsprechende Netzadressen. Wie gesagt, siehe nochmal letztes Video, da haben wir die berechnet. Und was ich hier jetzt gemacht habe, ich habe jetzt quasi zwei Repräsentanten aus dem Netzwerk jeweils reingebaut, also zwei Rechner. Die stehen jetzt aber repräsentativ für viele Rechner, die in diesen Netzwerken sein können. Ich habe ferner jedem dieser Rechner immer die kleinstmögliche IP im Netzwerk gegeben und die größtmögliche IP im Netzwerk, sodass man hier direkt sieht, welchen Bereich wir hier eigentlich abdecken können. Präziser gesagt ist es nicht die kleinste IP, die vergeben werden kann, aber üblicherweise nimmt man das Router Interface, setzt man auf die kleinstmögliche Adresse. Das wäre in dem Fall hier zum Beispiel die Punkt 8.1. Und danach verteilt man dann die Hosts. Das heißt, der Router hat hier die 1, also fangen die Hosts bei 2 an und wir können hier durchnummerieren bis 126. Weiter geht es nicht, denn die 127, das heißt, ja, 127 sind ja nur Einsen letztlich im letzten Oktet. Das würde an dieser Stelle bedeuten, dass im Host-Anteil alle Bits auf 1 gesetzt sind. Das ist aber gleichzeitig die Broadcast-Adresse, deswegen können wir die keinem Host vergeben. Die Broadcast-Adresse in diesem Netzwerk wäre also die 192.168.8.127. So viel zu dem hier oben links. Wenn wir jetzt mal weiter gucken, unten links, das ist das nächste Subnetz, das ist die 192.168.8.128. Das heißt, die ersten drei Oktets sind gleich und im vierten Oktet setzen wir jetzt die erste 1 auf 1 und unterscheiden so diese beiden Subnetze. Entsprechend ist die kleinste IP, die ich vergeben darf, technisch die 129. Die kriegt der Router und die kleinste IP-Adresse, die ich dann wirklich für einen kleinen PC vergeben kann, ist die 130. Die größte ist die 254. Die 254 heißt, alle Bits sind auf 1 im letzten Oktet bis auf das aller allerletzte. Wenn ich das jetzt auch noch auf einsetze, dann habe ich wieder die Broadcast-Adresse für dieses Subnetz. Entsprechend kann ich das auch jetzt keinem Client vergeben. Und so geht das jetzt weiter. Hier haben wir die 9.0. Die erzeugt also ein Subnetz, wo ich dem Router dann die 9.1 als Adresse gebe. Die 9.2 ist meine kleinste Client-Adresse. Die 126 ist die größte Client-Adresse. Und zu guter letzt haben wir hier die 9.128. Und da ist die entsprechende Router-IP einer mehr als die Netzadresse, also die 129. 130 ist dann der kleinste mögliche Client und 254 ist wieder der größte mögliche Client. Ja, und so ist das Ganze jetzt aufgebaut. Was wir auf jeden Fall jetzt schon mal sehen können, die Rechner können untereinander miteinander reden. Das ist überhaupt kein Problem. Pings funktionieren. Was hier auch funktioniert, ist ein Ping zum Router. Das heißt, ich pinge von diesem Rechner das Router-Interface an und das Router-Interface sagt mir, ja, alles klar, ich bin da. Und witzigerweise brauchen wir in der Konstellation hier gar nicht mehr zu tun. Das heißt, so, ohne dass ich jetzt großartig was einstelle, also keine Routen explizit festlege, funktioniert es schon. Das heißt, ich kann von hier nach da unten beispielsweise ping und sehe successful. Weil das so schön einfach ist oder weil das so trivial wirkt, gucken wir mal ganz kurz in die Router-Config rein. Ich habe hier ein etwas, ja, so einen generischen Router genommen. Das ist jetzt kein richtig Cisco-spezifisches Gerät. Hier können wir verschiedene Sachen definieren. Also zunächst mal müssen wir in einem Router jetzt auf jedem seiner Ethernet-Interfaces, das sind diese vier Stück hier, natürlich sagen, welche IP-Adressen er da haben soll. Und das habe ich gemacht. 2, also das ist das kleinste Netz, also 2.0 das kleinste Netz, das ist die 8.1, das ist der hier und so weiter. 829 ist der hier. 9.1 ist der hier oben und die 929 ist der hier unten. Und mehr habe ich hier nicht eingestellt. Also es gibt hier zwar jetzt Möglichkeiten, statische Routen und sowas festzulegen, aber das brauche ich alles gar nicht. Das ist eigentlich auch klar, dass ich das nicht brauche. Denn was passiert jetzt? Wenn ich jetzt einen Ping von einem Rechner eines Netzwerks in ein anderes Netzwerk schicke, dann merkt ja dieser Rechner, Moment mal, die 122.168.9.254 liegt nicht in meinem Netz. Damit muss ich das Standard-Gateway ansprechen und das Standard-Gateway habe ich hier auch festgelegt in dem PC. Das sehen wir hier. Das ist das Standard-Gateway von diesem PC, ist also dieses Router-Interface. Damit weiß der PC, okay, der Ping-Befehl muss erstmal auf Layer 2 an den Router geschickt werden. Und der Router kennt ja jetzt dadurch, dass ich die entsprechenden IP-Adressen für die Interfaces hier vergeben habe, die Netze. Das heißt, wenn ich ihm hier die 122.168.1 gegeben habe und diese Subnetzmaske dazu, dann weiß er auch, dass das 192.168.8.0 Netz genau hier an seinem Router-Interface liegt. Ferner weiß er natürlich dann auch, dass das 192.168.9.128 Netz, wo ich ja hinpinge, an diesem Interface liegt. Damit kann er automatisch, ohne dass ich jetzt ihm noch irgendwas beibringen muss, sofort die Pakete weiterleiten und das tut er dann auch. Also er weiß genau, okay, hier habe ich ja ein Interface, was zu dem Netzwerk gehört, wo dieser Rechner hin möchte. Also leite ich das dahin weiter. Und wir sehen, funktioniert. Das Ganze können wir uns jetzt auch nochmal direkt hier verfolgen, wobei das auch nicht sonderlich spektakulär ist. Ich resette mal. So. Wenn ich das jetzt in diesem Simulation-Mode mache, sieht das Ganze so aus. Ein ICMP, also ein Ping letztlich, wird geschickt, geht an den Switch, der Switch weiß wohin, hat seine Tabelle schon voll tatsächlich zu dem Zeitpunkt, geht an den Router, der Router weiß wohin damit, schickt es an den Switch, der Switch jagt es weiter und es kommt der entsprechende Reply und das Ganze geht zurück. Ist jetzt nicht sonderlich spektakulär, was an dieser Stelle passiert. Es sei an der Stelle halt erwähnt, dass wenn ein Router nur selbst quasi intern Routen generieren muss, das heißt, er muss gar nicht auf den nächsten Router drauf, sondern er kann intern irgendwie weiterleiten, dann muss man dem Router auch nichts weiter beibringen. Das kann er einfach von sich aus. Ja, so haben wir jetzt mal ein Netzwerk unterteilt in vier Subnetze, die jetzt auch alle wieder miteinander reden können. Es ist jetzt durchaus legitim zu fragen, ja was soll denn das? Ich habe jetzt vier Netze getrennt, künstlich über eine Subnetzmaske, nur damit sie jetzt quasi einwandfrei wieder alle miteinander reden können. Das wirkt tatsächlich ein bisschen bescheuert. Ist es an der Stelle auch, also in diesem etwas künstlichen Beispiel ist es das. Aber vielleicht ein Vorteil, der jetzt entstanden ist, und zwar der Layer 2 Verkehr, also alles, was auf Layer 2 erstmal nur läuft, der ist jetzt tatsächlich unterbrochen. Das heißt, alles, was auf Layer 2 an Broadcasts durch die Gegend geschickt wird, wird nicht mehr durchs gesamte Netzwerk geschickt, sondern bleibt in den einzelnen Subnetzen hängen. Denn Mac Broadcast wird vom Router nicht weitergeleitet. Was wir hier gemacht haben, oder man sagt deshalb, wir haben jetzt die Broadcast Domains auf Layer 2 aufgeteilt. Also eine Broadcast Domain ist quasi ein Bereich in einem Netzwerk, der über einen Broadcast erreichbar ist. Und wenn wir jetzt von Layer 2 Broadcast reden, dann geht der nicht über den Router, weil der Router ja auf Layer 3 letztlich arbeitet. Also haben wir es jetzt hingekriegt, aus einer großen Layer 2 Broadcast Domain, wo jetzt alle Rechner drin gesessen hätten, vier einzelne zu bauen. Das heißt, die stören sich nicht mehr gegenseitig. Das kann an der Stelle tatsächlich schon ein bisschen ressourcenschonender sein. Ist aber auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Wenn man das jetzt noch weiter vertieft, und das machen wir jetzt im Laufe der Zeit noch, dann werden wir feststellen, dass wir das meistens dann nicht so aufbauen, sondern wir sorgen dafür, dass jedes Subnetz seinen eigenen Router kriegt. Und dann kann man so schöne Sachen machen, wie zwischen diese Router Firewalls bauen. Das heißt, wir können Verkehr noch präziser filtern. Also wir können gewisse Daten durchlassen und gewisse Daten blockieren. Das Ganze passiert eben mit der Firewall, die dann wieder auf höheren Protokollschichten arbeitet. Auf Layer 3 direkt sieht man das eigentlich nicht. Also da glaube ich, ist der Vorteil erstmal nicht so richtig erkennbar.